Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem, wir wissen noch nicht, kleinen Angezockt wahrscheinlich, so ein, zwei Folgen, mal gucken was geht, von Payday 2. Mit dabei die Leute, die unten rechts stehen, das ist zum einen der Bladdig, Level 10, Sascha, Level 13 und Level 1 Atta. Die Mission, wie heißt die Mission? Siedelpunkt. Trotz, dass wir ein paar Level haben, haben wir absolut keine Ahnung von dem Spiel. Wir wissen nicht, wo die Level hergekommen sind. Ich hab's mal eine Stunde gespielt, aber das ist auch schon ein Jahr her. Vor allen Dingen, der, der am meisten Level hat, sagt jetzt erstmal so, äh, mach halt klar. Ich hab mal den ersten auf, was ist das so? Gut, dass ich, gut, dass ich keine Rüstung mitgenommen habe. Gut, dass ich keine Rüstung mitgenommen habe. Okay, okay, warte. Ich glaube, wir sind genutzt. Schön, dass wir die Mission ausgebildet haben. Ich musste die Kamera kurz verschieben. Gut, dass wir auf Ästhetik gehört haben. Alles gut, ich bin da. So, was geht? Ja, du bist auf das Gefecht gesetzt. Ich hätte mit uns auf. Nur weil ich minimiert hab. Oh, scheiße. So, bis wieder da. Alles klar, danke. Wie kann ich auf meine Mainwaffe wechseln? Oder haben wir gerade keine? Boah. Äh, mit dem, mit 1, 2 und so. Ja, wir haben eh keine Chance. Die schießen schon auf uns. Ah, gut. Super. Wir hätten Rüstung mitnehmen sollen. Ich hör nie wieder auf dich, Ästhetik. Ich hab gar nicht gesagt, nimm keine mit. Ich hab dich gefragt vorher, was es ist. Ja, das stand bei. Man kann beides machen. Ich nimm den Koffer. Nein, nicht im P-Z. Gönn dir. Wie geht das? F. Ich werde angeschossen. Ja, ich versuch dich zu befassen. Von rechts und links sitzt sie halt. Ästhetik hat C4. Das ist ja wunderbar. C4, was? Das sagt auch so aus, als wenn du mit C4 auch gesammelt hast. Nee. Also wenn das in dem Koffer war, okay. Aber ich hab nur ein EMP-Ding, das ich... Wo müssen wir denn hin? Von hinten, von hinten kommen auch welche. Polizeivorstoß im Gange. Wir hätten vielleicht Munitionstaschen mitnehmen sollen. Der hat einen Rucksack auf, der eine. Vielleicht müssen wir den auch einsammeln. Hab ich eine Granate? Nee, ich hab keine Granate. Oh. Oh, da kommt einer mit dem Schild. Alles klar. Ich laufe euch mal hinterher. Hinter uns kommen ganz schön viele. Vielleicht sollten wir jetzt ein bisschen laufen. Okay. Also ich bin an der Mauer. Kommt mir mal gleich hinterher. Ja, das ist schon mal ganz gut. Da haben wir von einer Seite zumindest Deckung. Oh, kein Schuss. Ich will es jetzt nicht ausprobieren, aber es ist Team Beschuss an. Ja, ich glaube es ist immer an. Endet und deaktiviert es. Hast du Schaden gekriegt? Nee, ich schieße auf mich. Ich will es nicht ausprobieren. Nein, es ist kein Team Beschuss an. Wo sehe ich denn? Von hinten kommen sie, von hinten kommen sie. Wo müssen wir jetzt hin? Kann man irgendwie da rein hier in dieses Ding? Können wir hier vielleicht über die Steine klettern? Nee. Müssen wir über die Mauer? Vermutlich. Ich würde sagen, wir sind wahrscheinlich am Eingang irgendwie vorbeigelaufen. Der war in die andere Richtung. Warte mal, hier, dieser Kasten da. Das Ding, was da steht? Das ist im Staffel-System. Wo steht ein Kasten? Ja, hier, das Ding da, mitten auf dem Feld. Dafür hat Ästhetik doch das Ziel hier aufgesammelt in der Gildade. Das musst du in die Luft jagen. Ja. Ja, dafür sind hier ein paar Gegner. Ah, wo war ich denn? Schlagen. Oh, oh, drei. Musst du drei nehmen. Oh, jetzt wird mir was angezeigt. Drei ist schlagen bei dir. Drei? Nee. Boah, ich gehe gleich drauf. Nicht den EMP-Ding setzen, Mann. Das sind Leute mit Schildern. Ja, ach, nee. Ich umglaufe sie mal. Oh mein Gott, ich muss noch mehr. Hast du zehn vier gesetzt? Ja, eins, aber ich muss zwei setzen. Ja, hier ist das andere. Ja, ich weiß, aber das ist ziemlich schwierig. Au. Ich muss sogar drei setzen. Ich sehe nur zwei Luftabwehrsystemen. Ja, vorne ist noch eins. Nein, ich muss drei Dinger an einen Luftabwehrsystemen setzen. Ach, du musst drei an einen setzen, ach so. Jetzt weg. Ah, verstecken. Moment, die lassen sich irgendwo abseilen. Puh. Nee, da ist noch eins. Verdammte Karte. Ja, sag ich ja. Du machst das schon. Decken dich. So, jetzt aber. Da sein. Lass ich ab. Alter, was machst du da oben ganz alleine? Ja, die Leute wollen mich abhalten. Fall mir ja nicht um. Nee, nee. Ich weiß gleich noch mal, wie die steht, aber ich stehe noch. Runden rechts halt. Ich hab keine Munition mehr. Auch keine. Warte mal, ich glaub ich hab eine Munitionskiste dabei. Ich weiß noch nicht. Ah, schlagen wir uns jetzt E. Ja. Mit G. E. G. G. Ja, ich schreibe. Wie Gustav. Also ich setz so ein EMP auf E. Ich muss auf die gültige Oberfläche ziehen. Einfach auf dem Boden. Ja, geht nicht. Ah doch, jetzt. Hier liegt eine Munitionskiste bei mir. Ich hab aber auch fast kein Muni mehr. Ja. Die haben sich da schon bald nicht besser aus. Äh, die stehen hier direkt vor unserer Tür. Jo. Irgendwie ist Headshotten mit der Waffe nicht so einfach. Irgendwie fallen die nicht um beim Headshot. Hier ist wieder ein Schild vor uns. Ich versuche ihn zum Kreisen. Ich lenke ihn ab. Ja, nice. Schön. Schilischil. Schilischil. Okay. 30 Sekunden. Ja, okay. Das kriegen wir aber hin. Easy. Wir sind alle weg. Ja. Nicht das, wofür das Spiel eigentlich steht. Und wir haben so lange gezockt. Aber dann macht man irgendwie schön leise irgendwie Bange. Ja, deshalb haben wir ja keine Rüstung an. Aber ich hab echt wenig Schaden gemacht. Ich bin da mitten durch die Kugel gelaufen. Auf welchen Schwierigkeitskartassel spielen bin ich? Das ist normal. Fuck ey. Ihr wolltet eine normale Mission, keine harte. Ja, das ist ja auch richtig. Ich verstehe auch nicht, warum die so wenig machen. So, fertig. Komm wieder hin. Da, komm wieder weg. Rechts. So, und jetzt? Ah, EMP. Was mit EMP hat er gesagt? Ich hab ein EMP. Nein, du hast ein ECM. Ja. Ja, ich hab das ja durch die Selle geschossen. Direkt durchs Dach. Hier, sie kommen hier mit zwei. Oh, Leute. Tränkt die Wand. Warte mal. Oh Gott. Oh, ich hätte jetzt gerne eine Granate, wa? Erstmal anbrüllen die Gegner auf F. Put your gun down. Ich würde zwei Vorstoß in der Gange. Oh Gott. Oh, Loll. Raki-Knerver. Oh je, wir müssen hier durch. Die Mauer ist... Naja, Mauer ist pute. Rein, 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 rein. Go, go, go. Feier uns auf. Ich ziehe es nie aus dem Gebäude raus. Ich bin auf Ziel. Schön. Auf mich wird geschossen. Slashar, komm. Ja, ja, bin da. Vorsicht, das hier ist ein explosives Fass, schätze ich mal. Da sollten wir nicht in der Nähe stehen. Erstmal ausprobieren, warte. Ja, ist nix. Ja, es explodiert. So, ich laden die Bombe. Wo können sie denn überall kommen? Von oben. Ich bin oben. Okay, ich steck den Rückzug. Wo ist er gekommen? Nata und ich machen oben, ihr macht unten. Oh, unten ist nur eine Tür. Die kann das eigentlich allein halten. Loll. Mal gucken, wer hier so reinkommt. Mach du die rechte, ich mach die linke Tür. Oh, Loll, ja, dann guck du die Fenster. Die können doch... Da, fuck, Alter, kommt die Eisenreis gerade oben raus. Blöder Mülleimer. Scheiße, ich hatte... Warte, rechts zu dir. Warte. Ab ihn. Okay. Leider kannst du sagen, dass du ein stationäres Geschütz stellen kannst. Ah, ja, stimmt. Das hätte ich mal auswählen sollen. Ich bekomme... Ich kriege gerade einen Ruchschlag, ich kann nix machen. Hilfe? Und wem? Hier ist keiner. Bitte, die hat keine Ahnung. Hier ist niemand bei mir. Achso, das ist ein elektrischer Zaun. Ja, da soll ich nicht gegenlaufen. Oh, Loll, jetzt kommt hier aber reingerannt. Okay, jetzt... Sascha vielleicht. Ja, ich hab fast keine Muni mehr, das ist ein Problem. Ja, man pratzt hier einfach irgendwie drauf, weil es so schlecht mit dem Aimen ist. Guck mal. Das ist leider keine ruhige Waffe. Ja. 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 Oh Gott, hab ich gerade... EMP geht jetzt wahrscheinlich gleich los. Oh Gott. Einer mit Schild. Berge mit Schild. Einer ist weg. Ich versuche jetzt so einen Kreiselschießring von der Seite an. Ja. Ja. Nice. Einer ist weg. Warte, wir sollen zuhören, sagt er gerade. Ich hab nur nicht zugehört. Stick to the fucking plan! Wir müssen hier irgendwo runter gehen dann. EMP soll aktiviert werden. Warum liegt hier ne Fliegerbombe? Ich hab ich ja noch gar nicht gesehen. Das ist das EMP, was er eben abgeschmissen hat. Ich glaub, die Bombe ist voll aktiv. Ja, ja, das geht jetzt gleich hoch. Oh Gott! Oh Gott! Was geht da? Hier, bei mir geht's weiter. Hier. Unten. Ich hab eh keine Munition mehr. Ist gut, dass wir jetzt abhauen. Warte noch nicht. Atta, beeil dich! Jojo. Stimmt den Scanner. Hat noch irgendwer ne Munitionstasche? Nee, leider nicht. Wie geht das? Äh, siehst du unten. Du hast nix, Atta. Okay. Ist nicht böse gemeint, aber... Och Atta, ey. Alles deine Schuld. Ich befreie ihn. Geisel hab ich. Äh, ich hab hier auch irgendwas. Wunder mit dir, Junge. Ich hab auch so den Geisel getötet. Wow. Nicht töten, fesseln! Dafür haben wir Kabelbinder. Wir kommen hier in der Mitte, neben dem Raum. Halt hier, um die Hand zu entfernen. Was? Was? Los! Ich hab's in die Hand abgenommen. Was? Ich hab's in die Hand abgeschrieben. Ja, weil du irgendwo in den, in den Handscanner. Hier hin. Zu mir. Ja. Oh Gott. Und wir brauchen ne Key Card. Äh, Mitte geht gut ab. Ja, warte. Weiß nicht, wer die hat. Ich hab hier keine. Warte, warte, hier ist was. Ich... Ach so, hier. Ich scanne jetzt mit der Hand von dem Typen. Abgescannt. Äh, wenn ihr über die Leichtung rüber geht, kriegt ihr auch Munition, ne? Lauf! Ich brauch dich als schwarzen Schild, Junge. Ich hab ne Key Card. Wo brauchen wir die? Beim Lenk. Komm mit. Wo bist du? Los, Junge! Da. Komm mit, du bist mein schwarzer Schild. Du bist echt, äh... Hier. Äh, warte mal, die Leiche hier müssen wir irgendwie... Was? Atta. Ich hab uns ne Geisel hier reingeholt, ne? So, dann haben wir... Okay, Tür ist offen. Runter mit dir. Was können wir jetzt hier machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, wir müssen erstmal den Typen hier. Den müssen wir da hinten auf den Scanner packen. Ich hab so ein paar viele Wegner vor der Nase. Kommen! Atta hat irgendwas auf dem Rücken. Eine Leiche. Ach, gut. Die würde ich vielleicht ablegen. Ich weiß nicht wie. F oder F. G, ich kann die werfen. Ah. Okay, so langsam geht mir die Munition aus. So, hier müssen wir die Geisel irgendwie herbringen. Der will der Geisel? Ja. Komm mal ran, ihr Arschloch. Ah. Der muss hier irgendwie rauf. Ich kann nirgends oder das blöde Ding hinsetzen. Ach, jetzt. Keine Munition mehr. Los, lauf mit dir, Junge. Nicht hitlegen! So kommt die nicht. Kann man einer auf den Typen schießen? Ich hab den abgelenkt. Wie kann man den aufnehmen? Ja, los, lauf da mit dir. Ja, nice. Aber wie hast du die Geisel aufgehoben? Getötet hat er die. Also irgendwie geht die nicht. Findet und scannt eine Versuchsperson. Ja und ich denk mal das hier ist eine Versuchsperson. Also benutzen wir beide als Versuchsperson. Ich glaub du musst so ne Leiche da drauf schmeißen. Warte hast du grad eine, hol mal die, bevor wir noch einen killen. Ja, warte ich hab. Warte? Ich hab den mitgenommen. Hier liegt einer? Oh! Oh leu, was? Ich geh mal auf die Gang gucken. Ich hab ne Leiche ge- äh ne Geisel geküllt hast du gesehen. Habs gemacht. Alles gut. Nice. Cool. Musst du nur E drücken. Oh leu. Aua. Von oben, oben, oben. Gott, ich denk da meine Pistole und meine Glock. Denk da an alle Leichen findet ja mal Munition, ne? Ja, aber nicht wenn du jetzt alles aufgehoben hast. Ja. Es sind ja mehr als eine Leiche hier, die tot sind. Ja, alles cool. Du hast auch mehr als einmal aufgesammelt hier. Das ist doch scheißegal, man. Ich hab's mal auf dem Zeilen hier. Irgendwas mit Strom. Der ist total bescheuert. Ich steh hier am Kreuz. Ich hab keinen Schaden. Warum will ich den blöden L.P. Scatter benutzen? Kann ich auch nicht. Achso, wir hatten keinen Strom mehr. Okay. Kann ich mal einer wecken? Ja, ich schieß schon die ganze Zeit. Ja, ich schieß auch nur ne Pistole. Ich hab nur ne Pistole. Jetzt hab ich gar nichts mehr. Oh, ich hab Munition aufgesammelt. Alles klar. Holy Headshots. Oh, hier ist ein Schildtyp hier im Hauptraum. Ich versuch ihn von hinten zum Kreißen. Könnte man nicht früher auch mal die Waffen von den Gegnern aufheben? Weiß ich nicht. Ich glaub nicht. Oh Gott, nicht in die Bitter rein. Habt ihr Schildtypen da oben? Oh, da ist noch ein Schildtyp. Das ist aber nicht so geil. Aua. Boah. Ja, ich hab bald wieder eine Munition für meine AKs. Kloppt die jetzt einfach. Die machen so wenig Schadenpakete drauf. Scheiße, ich hab keine Munition für meine Pistole. Ich hab noch 4 Schuss. Schön die Eier verkloppt. Ich klopp sie jetzt auch zu Tode. Oh mein Gott. Wir hätten noch eine weitere Festivsperson. Können die mich veröppeln? Noch eine! Ja, müssen wir nicht. Das ist jetzt nur Bonus. Egal, jetzt hab ich's gemacht. Nicht blöd jetzt. Da muss ich Leiche auf. Wieso kann ich die nicht aufsammeln? Atta, nur du kannst das, glaub ich. Oh Gott, ich muss langladen. Hier liegt die Leiche. Einfach F da oben steht. Ja, ging nicht bei mir. Bei mir auch nicht. Hab eine. Bring die mal hier hin. Ja, ja, bin unterwegs. Einfach E drücken an dem. Oh Gott, da sind 2 Schildtypen oben drauf. Das ist schlecht. Leg die drauf und wir hauen ab. E drücken. Hab ich doch. Nee, dann wird die angezeigt, wenn die da drauf ist. Ich versuch, ich spiel Schild. Oh Gott, ich muss langladen. Warte, lass mich mal. Reicht, wenn du die aufnimmst. Wer einen Schuss in den Kopf kriegt, nicht stirbt. Ja, die Waffen sprain, man. Nein, er fällt ja um. Ja, jetzt müssen wir halt wieder den Scanner beschützen. Achso, ich dachte wir könnten dann einfach abhauen. Ja, Munition ist echt Mangelware. Ich glaube, ich hab nicht so früh die Munitionsgeschwindigkeit. Du musst nur mehr mit weniger killen. Ach, das ist der Streck. Ja, die sterben aber halt echt nicht von Headshots. Sag ich doch. Der ist so gut. Aua. Loll. Wir sind ein paar Gegner. Salz. Runter da von der Leiche. Oh, ich brauch noch mehr Munition. Du darfst noch ein bisschen lassen. Nice. Auch. Kann der mal aufhören. What the fuck. Granaten hier. Auch haben will. Ach, warum hab ich so reiner Munition wieder raus. In die Granate reingeguckt. Oh Gott, ich hab keine Munition mehr. Irgendwie wollen die Headshots nicht so wie ich will. Sprinte einfach mal durch diese Gänge durch. Was sammelst du eigentlich noch nie auf? Ah, ich bin jetzt bei Hint reingegangen. Todesmutig. Ja, hab mich auch schon einmal gemacht. Puh, puh. Ja, man hat ja ein bisschen Lust. Zu wenig Schaden, da geht das. Ich würd sagen, mach der Leiche, hauen wir aber ab. Ja. Auf jeden Fall. Ganz viele hinter mir. Alter, dein Schild ist weg. Warte mal kurz. Kommt einer mit dem Schild. Oh Gott. Wir brauchen halt mit der Pistole zwei Köpfe in den Kopf. 30 Zivilisten getötet. 30 Zivilisten getötet. Zu 5000 Reigerungskosten. Werden Zivilisten umgelegt. Äh, ich diesmal nicht. Jetzt gerade nicht. Boah, da oben muss so viel Munition liegen. Ich will da hin. Bei Schild typisch schon wieder, ok. So, jetzt. Nein, wir scannen jetzt keine weitere Leiche. Hindern zu dem Koffer. Ich scanne den Schild. Protect mich mal ganz kurz einer. Ja. Ich nehm den Server, ich hab den Server. Oh, das ist gleich ein richtiges Lammarsch jetzt mit dem Hauptserver. Findet den Nacken Koffer. Hier ist Nacken Koffer. Hier, hier, hier. Vor mir. Wir sollten irgendwie in die Mitte. Ich weiß, lol. Ist der mir einfach einer. Geht auf den Boden. Ok, ich hab jetzt. Ich hab Slow-Mo an. Cool. Set vor da aus der Kräfte 6. Oh, lol. Aua. Die gehen mir. Töte sie erst. Jetzt mach, 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 mach. Kann ich schief? Mach, 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 mach du blödes Ding. Danke. Keine Munition. Zwei Schuss. Wir müssen in die Mitte. Eine Munition. Wir müssen den Server... Geh bei mir, bei mir. Die Munition. Hä? Wie kommen wir denn da jetzt hin? Wir müssen wieder nach oben, glaub ich. Ja. Ok. Das Ding ist, ich bin scheiße langsam, weil ich Aktenkoffer und, äh, das Zimmer habe. Ja, dann gehst du vor und wir decken dich. Alter bin ich langsam, ey. Wie immer. Ich hab nur noch zwei Magazine. Achter, erst fertig wieder nach oben, ne, wo wir hergekommen sind. Ja. Ich hab nur noch zwei Schüsse. Ich glaube, ja. Ja, sieht einfach aus. Also, seid ihr durch die Mitte oben, oder was? Wir sind da, wo wir hergekommen sind. Ja. Die Treppe, einfach in der Mitte, Alter. Ich lass die nicht im Stich, Alter, lauf! Jo, ich komme! Ja, ich erscheine. Äh, Sascha? Ja, ich versuch noch unterwegs bisschen Muni aufzusammeln. Beste! Sind wir hier richtig, Gehsberg? Ja. Ja, wir müssen wieder dahin, wo wir hergekommen sind. Alles klar. Ich kann eh nicht mehr schießen, ihr macht das schon. Auf jeden Fall. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich glaub, da schießt ein Sniper. Hier fliegt ein Laserpoint herum. Ja, hab ich auch gesehen. Bleib in Bewegung. Der ist da oben irgendwo. Bleib in Bewegung, ihr seid witzig. Ich kann nur crouchen. Ich seh den Sniper, aber ich muss erst Munition. Ich hab keine Munition mehr. Ja. Geh bei mir, bei mir. Schenk, rückwärts, 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 rückwärts. Ich hab gar nix mehr. Guck mal, kommst runter. Hier ist die Munition. Ich muss mich hier kurz verstecken. So, Schild ist wieder da. Komm, die 70 Meter, die shoppen wir jetzt wohl noch. Ich laufe einfach. Ich versuch's. Ich versuch's. Hau, Forrest! Zum Flugzeug, ich fliege. Schneller, Sascha. Sascha, jetzt mach ich. Ich kann nicht spielen. Jetzt mach! Sascha! Oh, Alarmarsch, beweg dich doch mal. Sack, gleich Spicheli. Geh mal diese Krokodile, ey. Moment, ich muss hier noch ein ECM setzen. Das ist krass, dass ich den Schritt hier ablehnen muss. Ja. Jetzt können wir hier. 250.000. Da kommt ein Ankerrand, ich kann nicht schießen. Wow, das erste Mal, dass einer vom Headshot umgefallen ist. Ja, wo? Easy! Wir haben's sogar geschafft. Ne Balladmission ohne Rüstung und wir haben's geschafft. Ich denk aber auch schwer, wenn mir das 100 Mal umgekippt. Ja. Ja, okay. Aber man muss die Mission ja erst einmal kennen und so, bevor man weiß, wie man da... 200.000 Bar Geld? Ja, easy. Ja, durch vier. Sind wir sicher? Ich bin mir da grad nicht ganz so sicher. Ich auch nicht. Mach mal so ne Vermutung. Alter, 42.000 Erfahrungen. Ja, kein Wunder, dass man so schnell aufsteigt. Level up! Level up! 2 gemacht. Noch 3 gemacht. Ich bin noch dabei. Es dauert noch. Jetzt Level 5, Level 6. Jetzt wisst ihr auch, wo die Level herkommen. 7. Oh, ich hab noch 30.000 übrig. 8. Ich hab noch 19.000 übrig. 15. 9. 10. 16. Ey, kann man den Shit nicht überspringen? Das dauert mehr zu lange. 23. 11. Oh, fett. 12. Level 2 auf 12. Ja. Ja, für 19 wird's nicht mehr reichen. Du, Statistik. Von Level 13 auf Level 21. Easy. Fast 13. Von Level 10 auf Level 18. Ist auch geil. Ich hab jetzt nen Teppichmesser. Das wollte ich immer mal besitzen in diesem Spiel. So, die Statistik der Crew. Am meisten außer Gefecht gesetzt. Ästhetik. 2 Mal. Wow. Bei mir steht auf Server warten die ganze Zeit. Kannst du oben. Das Menü da durchklicken. 20 Minuten in die Folge. Okay. Ach so, da. Am meisten außer Gefecht gesetzt. Das ist am meisten mal runtergefallen. Ästhetik am 2. Hahaha. Oh, aber die höchste Pro... Er hat bald mal gelegen. 102 Kills. Easy. Er hat die höchste Präzision gehabt. Und Spezial-Kills. 30%. Crew außer Gefecht gesetzt 2. Treffergenauigkeit der Crew. 28%. Wahrscheinlich hat Blending so oft daneben geschossen, weil er noch ein Lüder ist. Ja, genau. Ist auch so klein. Aber wir haben alle überlebt, Leute. Ja, das ist das Wichtigste. Ich hab 88 gesamte Kills gemacht, nur. Das war wenig. Also ich denke die Folge ging auf jeden Fall länger als 15 Minuten, deswegen... Ja, das steht doch drauf. 20 Minuten. Gespielte Zeit. Können wir hier auf jeden Fall einen Cut machen, oder? Ja. Willst du nicht noch mal uns ins Hauptmenü bringen oder so, Bleddick? Ich dachte, du musst weiter. Oh, Moment. Siehste, jetzt gibt's einen Körner. Pack Opening. Pack Opening. Pack Opening. Ja, easy. Mist. Ich hab das Cash und die Maske geklingelt. Was kriege ich? Bleddick kriegt Kohle. Was kriege ich? Ich. Ich auch. Bam. Nee, warte mal. Du hast eine Maske. Das ist ein... Schwul. Dr. Crime. Für das Safe House. Lame. Lame. Ich will lieber eine Maske. Oh, die Dr. Maske. Hab ich bekommen. Dr. Crime. The Bullet. Back to the lobby. Alles klar. So. Einer fehlt. So, Atta ist jetzt auch da. Von 1 auf 12 direkt. Sehr gut. Da. Das war's mit der Folge. Danke. Ähm. Es war ein angezockt, aber ich denke wir machen noch eine, oder? Was sagt ihr? Ich hatte Bock. Also wenn... Einen vernünftigen Raubüberfall mal machen. Genau. Also ich sag mal so, wenn ihr auf jeden Fall Zuschauer noch mehr davon sehen wollt, von diesem geilen Shit, dann schreibt's auf jeden Fall dort wo ihr seht in die Kommentare. Ist aber ganz wichtig. Dann wissen wir ob ihr sollt. Das ist nur noch heute 75% reduziert und ich muss mir dann kaufen. Weil heute ist Free Weekend. Schreibt's also schnell. Das ließ keiner mehr recht. Ich weiß. Moment. Ich lad das mal erst in ein paar Tagen hoch oder so. Ich lad das nicht noch direkt heute hoch. Muss ich das jetzt hochladen? Okay. In dem Sinne Leute. Danke fürs Zuschauen. Dannersenhизi прав. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und wenn nicht zu diesem Spiel, dann zu einem anderen Projekt. Auf Wiedersehen. T anticallah. Elijah Hollanderen.